Das ist eine Art von Judas Ohr, aber die sind schon vertrocknet. Das sind Judas Ohren, vertrocknete. Das sind vertrocknete Judas Ohren. Da könnte man irgendwann nochmal schauen, ob da nochmal was nachkommt. Ich bin schon fündig geworden mit jeder Menge Salat, heute gibt es wieder einen leckeren Salat. Das sind weiße Samtschmetterlingstrameten, Samtschmetterlingstrameten. Das sind vergammelte Schmetterlingstrameten. Oh, da war mal ein Baum drin. Hier geht es noch weiter. Hier ist ja das Gelände für die Feuerwehr zum Üben. Also man könnte schon fast sicher sein, da wo so viel Efeu wächst, da sind keine Pilze. Da ist aber ganz viel, da ist ganz viel Moos hier. Da ist eine gute Stelle für Pilze hier, wo Moos wächst. Da muss ich mal schauen. Da muss ich mal ausprobieren. Çok wichtig ist, wenn Musik aber ausprobieren muss.